Zu einem Scheunenbrand wurde die Feuerwehr nach Halenfeld im Eifelkreis Bitburg-Prüm gerufen. Als die Löschkräfte an der Brandstelle eintrafen, standen etwa 100 Rundballen Stroh vollständig in Flammen. Mit mehreren Strahlrohren versuchte die Feuerwehr das Feuer einzudämmen. Die Ballen mussten nach und nach aus der Scheune geholt und abgelöscht werden. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den späten Abend hin. Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar. Im Einsatz waren die Polizeiinspektionen aus Prüm, das Deutsche Rote Kreuz aus Winterspelt sowie die Feuerwehren aus Bleialf, Buchen, Sellerich und Prüm. www.hansgrohte.de Vielen Dank.